Hallihallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde in Gefängnissen, der Merkli und Sascha ist auch mit dabei. What? Nein. Vollidiot, hä? Du bist der Vollidiot. Ah ja. Was meinst du? Nidalee Support oder TF Support? Äh, TF für jeden Fall nicht. Aber Double Heal? Was weiß ich. Und bitte? Was ist denn? Ja, das schreibt doch so, von wegen, ja, wenn du da so und so, wenn wir die zum Rage bringen, dann geht sie wahrscheinlich hier raus, weil sie Mitte nicht bekommen hat. Und nicht so, so wie vielleicht manche aus unserem Team in die Mitte nicht bekommen haben, oder was? Weißt du? Nice. Also, was halte ich als erstes gern? Ähm. I don't know. Gut. Mach weh, dann könnt ihr besser pushen. Weh. Yep. Ich will schnell pushen. Oh, ne, da ist schon mal mit der... Komm schon, nicht TF, das ist ja noch behindert, ah. Wieso startet ihr aber ein Bot eigentlich? Keine Ahnung, frag mich nicht. Gut. Naja, TF hat nur einen CC und den kann man ja ziemlich gut sehen. Ja. Loll. Loll. Das ist doch ein Scherz jetzt. Ich hab aber keinen Blacksheet jetzt. Das ist doch ein Scherz? Also langsam, sah schon, ne? The fuck? Nein. Evil Knievel. Etnukert. Ja, ich hab dir mein Wort. Gib ihm. Oh Gott. Ist das weh. Nein, weh nicht. Ach, gäh. Ist er jetzt back, oder was? No. Das ist nicht so gut. Oh, lol. Nee, der ist noch da. Okay. Na, wir müssen Level 3 werden. Ich hab keinen Blacksheet. Das ist zließen. Der hat Dorawein zwingen. Der drauf hat 7 7 Vieta. Du hast? 13 Vips. Ja, jetzt hat er 11. das exhaust kam sehr früh du hast hier gejuset, ne? aha du würd dann lieber backgehen wenn ich backgehen Ich hab Reflexe der Wichse, lauf mal damit. Zu viel Mord in Warfare 2. Ein wenig. Warte mal, ich muss echt weggehen. 100 Gold werden noch drin sein, oder? Ja, dieser große Minion halt. Warte, ich muss mich grad drübelst konzentrieren. Geh weg. Einfach geübelst. Ja okay, jetzt geh ich back, dann hab ich wenigstens noch Tüchbezacke. Was soll ich hochskalieren? Du schaffst das schon. Wir hätten mehr Graves fokussend sollen. Ja, obwohl der halt super tanky ist. Aber durch dein W halt nicht so. Das elendige Kämpfen unter Tower zu farmen, das ist so lächerlich. Nee, adi. Äh lol, ich wollt grad sagen, TF fehlt. Scheiße. Well. Du war fokt. Das ist fokussend. Oh lol. Das ist fokussend. Oh lol. Das ist fokussend. Ja, ich hätte gedacht, der möchte den großen. Aber jetzt hat der noch geschafft. Alter. Wir haben hier nochmal Janga. Mal okay. Oh, soviel dazu. Du hast Blacksheet ne? Ja. Bitch. Ich mein, das ist dann schon ziemlich witzig. Jetzt hast du. Ah. Ficken. Ja. Das ist so lächerlich. Ich treff einfach nicht. Hättest du ihn getroffen, der wär tot. Ja, ich weiß. Ich treff ihn eben nicht. Hast du ein Wort? Äh, ja doch. Alter Ficken. Pass auf nicht, dass du stirbst. Ja. Geflash. Geflash. 7, 17. Plus 5. 12, 17. Job, you can math. Muss ich aber backgehen? Ja. Geflash. Ja, ich auch. Aber er hat BF. Ja und? Du nicht? Nein. Bist du für ein schlechter Farmer? Alter. Ich hab mehr Farmer wie hier. Ich hab Heal wieder. Oh, Jarvan. Oh lololololol. Ich freeze grad so ein bisschen. Soll ich da hingehen? Ich mein, ich bin ziemlich oben. Oh Gott. Jaja. Ja, du könntest ein Double Kill reißen. Ja, Double Kill vielleicht nicht, aber... Ja, der ist halt weg. Wir müssen defensiv spielen, weil ich brauch unbedingt noch 500 Gold. Au. 500 Gold? 400. 500. Das ist doch ein Kill, oder? Ungefähr. Aber der hat, glaub ich, schon ein bisschen gefeiert. Und Ding ist Level 6. Noch nicht. Oh, du bist tanky. Was? Der hat mich auch erwischt. Der hat mich auch erwischt. Wie könnte... Deshalb hab ich den Wurzel platziert. Sehr gut. Eigentlich. Oh, der Graves macht Schaden. Pass auf, er hat Ulti. Ich weiß, das hab ich gerade eben gesagt. Achso. Was? Ui, beleid. Ich treff echt nicht meine Cues, ha? Warte. Nein. Oh Gott. Ich hab doch noch Heal. Ach, das reicht immer noch nicht. So ne Scheiße. Ach, ge... Fuck it. Ich bin so scheiße. Hast du den Cue gesehen? Von mir? Von TF, der an mir vorbei geflogen ist. Ne. Der war richtig knapp. Aber egal. Gib ihm. Mit was denn? Autotex. Jetzt hab ich das erste Mal mein Cue erwischt. Auf dem Minion. Ich hab's gesehen. Oh, Vladimir. Fight. Und Javan kommt. Komm. Oh, den kriegt er. Hat er Flash? Nein. Der Old Sinch goes. Oh ja. Bin gleich da. Ja. Aber... Naja. Wir können den legen. Wenn ich mein Cue erwische. Okay, dann können wir ihn also nicht legen. Wow! Sorgt dafür, dass ne da vier Cues bekommen. Wisch recht. Oh lol. Oh lol. Hätte ich BF, wär das nicht passiert. Hast du ja nicht. Nein! Ich musste... Der hatte noch 100 Gold. Hätte ich die Erz holen sollen. Bum. Wollen wir nicht falten? Ich hab nix gesehen. Ich dachte jetzt kommt irgendwas richtig wahriges. Boah! Gib ihm! Ich gebe ihm. Das war knapp. Alter. Ich kann immer noch kein BF kaufen. Das war knapp. Alter. Ich kann immer noch kein BF kaufen. Aber... Sorry. Aber das muss ich warten. 70 Gold. Nee. Mittlerweile 20. Ich hab die Tränke verkauft. Ist doch so unfortunate, ey. Aber ich hab mehr Geld als Graves normalerweise. No. Wir haben zwei Kills gesorgen. Hat der Graves gekillt bekommen? Hat kein Kill. Nur ein Assessed. Und 65 Warn. Oh Gott. Du bist 64. Ey, wie oft muss ich schon backen, ne? Oh Gott. Die Ari wird ein schweres Leben haben. Hat sie jetzt schon, ey. Ich pick jetzt mit hier ohne mich abzusprechen. Du sprich, Mama. Geh du, Alter. Bin da. Aber du hast einen Q getroffen, ne? Ja. Nachdem ich meine Ulti geused hab. Ah, davor doch auch. Autsch. Oh Gott. Loil, bitte was? ja also ja die nieder der ist fett tschüss ich habe kein ghost mehr warum ist es so schnell geworden und leute was habt ihr denn gemacht in 0 3 jahre 2 jahre 0 2 platini carry ons ich habe gar keine potz dabei ja warum denn soll dass du gerundes klinge verkauft ob die nur so vor ich habe doch immer noch eins ich habe keinen schaden ficken ficken kein kommentar kein kommentar bitte kein kommentar fick dich ich dieser sascha mann du hast einen Job Alter wie soll ich denn den predikten lol Nidale kommt Nidale kommt das ist ein Bullshit solltet ruhig ich habe 38 ah die geht zu unserem blue buff ja komm nicht zu uns hast du den Stil oder was ich probier's die sind weg oder nö die sind immer noch jetzt ist die weg pass auf ja ich sehs mauka zuerst oh lol ey gash flash 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 ich habe gleich heal oh god good job guys alter good job ey nice flat kommt in dich oh mein god oh bitte weißt du dann kriegen die nicht mal irgendein kill aber platzt die pivote auf und dann stirbt dann das ist das für Bullshit lol guck dir den TF an der TF ist ja richtig beschränkt alter der überlebt die kacke noch und sie stirbt oh mein god was war das für ein move und der überlebt das der joke ist real ich rast gleich aus alter zinsch ey das game ist jetzt immer richtig harik das ist nur weil ich meine queues nicht treffe ja das nicht zum glück du holst den turret ich hole den turret der ist total loom ne ja aber der geht back scheiße die klingen noch ein turret oh lol das ist ein pink lantan endlich habe ich über großer starb hm ja es entstirbt weißt du gravis hat halt das vergnügen dass er die ganze zeit farmen kann ohne welche sorgen schaffst du zu defen wahrscheinlich nicht oder bot lane oder was ja doch klar ich hab weh ja ich hab's probiert ja ich hab's probiert doch ja ich hab's probiert ja ich hab's probiert das war dis das war die bin klooster der hätte auch reingehen Alter, wie kann man da noch reinlaufen? Oh fam Drake ist es bald da Scheiße Ich glaub nicht, dass wir den eigentlich fighten Ich hab trotzdem was Jeder liest so fett, alter Mh, mh, mh Wadig Okay, ein Pinkwort zerstört alles Das wird nix, was ist mit Toplane dürfen? Das kriegen wir eh nicht Haben wir vergessen Das ist ein Klugspiel, wenn wir jetzt nicht einfach irgendwas machen Die kommen Mh Die machen Blubuff Oder die will Blubuff Ach geil Scheiß Fude, alter Wie kann ich sowas überleben? Malkai kommt So was treff ich wieder Da kommt ein TP von Zynch Aber wir fokussen hier den da erstmal Lol Bin ich bei dir auch gerade erstmal über die Wand gekommen? Pass auf, da kommt Nidda Wo ist sie? Unten Bei mir war ich eigentlich über die Wand Und das, da, kam ich weiter Ficken Ich hab mit so verarscht gerade. Ich kann bei dem Farm von Graves nicht mehr hinterher. Ich kann die ganze Zeit rumlaufen und farmen, wie er fröhlich ist. Das ist so viel. Dieses Vergnügen habe ich leider nicht. Nice. Du hast den Q getroffen. Ja. Cool, ich kriege einen Red Buff. Als ob das irgendwas ändern würde. Vielleicht wird den ja nützlich. Hm. Ich habe keine Summoners mehr. Das wäre er fürs AFK, glaube ich. Ja, stimmt. Also Late Game. Team, was lasst ihr mich alleine? Ich habe Angst. Mach mich kaputt. Oh Gott, Adi, verpiss dich. Lol, so viel dazu. Wohin? Deck. Nice. Good job. Du hast deinen Q getroffen. Hast du geflasht? Nein. Au, 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 au. Scheiße. Oh nein. Wohin? Was ist denn? Teamfight? Wohin? Was ist das? Können wir das kaufen? Er lässt sich auch mal blicken. Auch ein netter Typ hier. Wie geht's noch? Ja, alles super. Ich flash jetzt mal rein. Das wird bestimmt vom Suddirn. Alles prima. Der stirbt noch. Das weiß ich. Geil, ich habe einen Q. Richtig nice. Jetzt bin ich der Super-Bug-Bing hier. und da so schön gekillt die gräfte war richtig aber das sind getroffen das war geil oh der tp ist so schlecht ich war gerade bisschen außerhalb von euch ich bin genau da wo die gerade gewesen wo die stand stehen ah top lane okay du fett sack move your ass das ist nicht gut ich hab nicht aufpassen können well i'm out ouch pass auf pass auf geh weg pass auf da kommt noch ein speer ah shoot oh nein so viel schaden alle graves wartet übrigens da wo der frosch ist das ist da drüben rechte Pass auf auf die Ulti Ficken Team Davon Danke Nein Ulti bitte Loll der macht Dra- Der macht Barron Ah Drax Loll Mein Gott, wie kann man das so buchwunder zahlen Oh mein Gott, was war das Alter? Oh nein, jetzt kommt Nidale Oh mein Gott I don't want to live on this planet anymore Move my friend Läsch dich Was? Ja, jetzt AP Ein bisschen Bitte was? Was ist denn das für ein Spiel, Herr? Der Sascha ist fett Das ist kein normales Spiel mehr Loll, da kommt Sinch Oh oh Oh, you're dead, son Oh mein Gott Alter, was? Dead Gangbang, shit Das war nicht Ich verstehe das Spiel Ich habe den TP nicht gesehen Ich würde auch sagen, wenn er ein TP ist Ich habe doch gesagt, TP Ja, der Sinch kommt Da habe ich schon mittlerweile mit Das ist ein hardiges Game Wie steht es denn gerade? Wir haben alle drei Order Turrets Die auch Die haben mehr Kills Die haben zwei Drakes 28,3 Die haben Kills bei nur einer Person Haben aber zwei fette Tanks Ach doch, die haben drei Drakes Na, aufgeben nicht Das sieht sehr hardig aus Aber wenn ich meinen Borg habe Dann mache ich wieder ein bisschen mehr Schaden Auf die Tanks Währenddessen den Pink Ward clear Und wenn der Pass auf, da kommt Sinch Der push top lane Dieser Black Shield Der push top lane Und ich kann da nicht hingehen Wow Die place Top lane Help Ich habe 666 Oh mein Gott I'm Satan Satan Is that you? Satan Senpai Also jetzt Was geht es denn hier Außer Range von mir? Oh, that's not good Nice Ja, ich bin tot Ja, also So Can you learn Oh, 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 oh What? Der Speer war nicht schlecht Ich hätte gedacht Ich schmeiß hier nach oben Oh Machen wir rein Haben ihn gemacht Entschuldigung Ich gefahren Bord lane wird pushen Dann gehe ich danach Ach Ich werde mich noch Man, ah, da wollte ich hingehen Alter, lief heute schon wieder. Okay, mit Burn-Buff. Wer kann's den verübeln? Ich hasse Graves Passive. Ganz ehrlich. For real. Hm. Fuck. Damit hab ich nicht gerechnet. Ich hab gesehen, dass die beim Blue-Buff sind. Scheiße. Mardig. Schade, schade Schokolade. Da machst du nix, wenn der Sascha nicht gerechnet hat. So viel Schaden. Ja. Machst du nix. Schade, schade. Naja, da muss man durch. Vielen Dank für's Einschalten. Aha. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.